Servus ihr Lieben, hier ist wieder Annette, euer Medium mit Herz mit dem Pink Spirit Talk. Mit Pink Spirit stehe ich für humorvolle, lebensbejahende und geerdete Spiritualität für jedermal. Mit meinem Geistführer Gibi an meiner Seite bringen wir gemeinsam Leichtigkeit in das Thema geistige Welt. Unser Motto ist, Spiritualität soll Alltagstauflich werden. Servus ihr Lieben, es ist Samstag und es ist Pink Spirit Talk Time. Endlich bin ich wieder an deinem Ohr. Eigentlich sollte am Samstag ein Podcast online gehen, aber alle, die mir auf die sozialen Netzwerke folgen, haben mitbekommen, dass ich leider letzte Woche eine ungeplante größere Zahn-OP hatte und daher nicht fähig war. Ich hatte tatsächlich ärztliches Sprechverbot und ihr kennt mich, das war furchtbar. Und Lachen war auch nicht möglich. Ich durfte nur für die Sitzungen reden und ansonsten war ich in der Stille. Ja und ihr kennt mich, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ätzend sage ich dazu nur, aber ich darf wieder reden und schon bin ich wieder in deinem Ohr. Ich habe mir jetzt lange überlegt, was ich heute als Thema mache, weil ich habe heute eine Instagram-Umfrage gemacht und heute ist Mittwoch, wo ich den Podcast aufnehme, weil ich ganz tolle, wundervolle Menschen hier in Bammental gerade habe, zu den Intensivtagen und deswegen nehme ich den Podcast heute auf, dass ich mich die komplette Woche komplett auf diese Menschen konzentrieren, fokussieren kann. Eine der Kursteilnehmerin hatte heute die Idee, das Thema Angst mal wieder zu beleuchten und das habe ich direkt aufgegriffen, weil das zum einen auch viel mit dem zu tun hat, was ihr mir in die Fragesticker reingeschrieben habt. Angst, Angst. Alle, die mir schon länger folgen, wissen, dass ich mit diesem Thema, in diesem Thema fast vom Profis hin bin, möchte ich sagen, ja, als ich so 23 war, glaube ich war 24, hatte ich eine Angsterkrankung mit Panikattacke. Ich möchte alle Menschen, die mit Angst konfrontiert sind, Mut zusprechen. Ich habe den Weg in die Heilung gefunden. Es war ein längerer Weg, es waren Prozesse, aber ich bin dieser Angst unendlich dankbar, denn sie hat mich zu der Frau gemacht, die ich letztendlich heute bin, die bei sich ist, die über sich so vieles gelernt hat, die, ja, sich angenommen hat und für die die Angst heute der Indikator ist, wenn ich nicht in meiner Balance bin. Das Erste, was ich dir mitgeben möchte, wenn du ängstlich bist oder Angst da für dich ein Thema ist, nimm die Angst an. Ich weiß, es ist ein ganz doofer Spruch, aber sie ist nun mal da. Sie möchte dir ja etwas sagen. Für mich hat Angst, also wenn man in die Psychologie geht, hat Angst immer etwas mit der, egal welche Angst du und welche Phobie du hast, es ist immer dahinter die Angst vor dem Sterben, vor dem Tod. Ich musste immer schmunzeln, ich möchte euch ernst nehmen, aber wir haben oder alle Menschen haben Angst vor dem Tod und wir kommen alle hier nicht lebend raus. Finde den Fehler. Das soll nicht irgendwie böse klingen, aber das ist das, was ich immer wieder den Menschen sagen möchte. Diese Angst habe ich verloren, vielleicht war das auch das die Heilung meiner Angst, aber es war das viele reflektiere, das hingucke, die, ich war damals in Therapie, ich hatte tolle Therapeute, ich hatte die Coaching-Ausbildung, also in alle Facette durfte ich Heilung erleben und ich möchte dir Mut machen, es gibt auch wieder angstfreie Zeit. Aber warum habe ich es mit aufgenommen, das Thema Angst? Weil es natürlich im Kollektiv jetzt aktuell seit letzter Woche enorm mitschwingt, es sind Dinge auf dieser Welt passiert, die die Ängste schüren. Das ist einfach so, da muss man sich nichts vormachen und ich weiß, du kannst den Satz nicht mehr von mir hören, es ist umso wichtiger, jetzt in der aktuellen Situation bei sich zu bleiben. Ja, da draußen passieren Dinge, die unschön sind und die vielleicht auch mal Angst machen kann, aber ich bin halt mittlerweile so in diesem Denken, dass ich denke, bringt es irgendjemand, wenn ich jetzt in die Angst verfalle? Ich weiß nicht, was morgen ist und ich weiß auch nicht, was übermorgen ist, ich kann nur das Jetzt bestimmen, ich kann heute agieren und heute gibt es für die Annette und ich hoffe auch für dich keinen Grund, Angst zu haben, sondern ganz im Gegenteil, ich bleibe in der Ruhe, ich kann es eh nicht ändern, was im Kollektiv passiert. Und ich kann aber meine Pinke-Welt verändern und vielleicht fließt durch die Veränderung, wie ich mit den Dingen umgehe, dieser Pinke-Virus, so meine Vision immer mehr zu den Menschen und man lässt sich nicht mehr manipulieren, bleibt bei sich und je weniger wir Menschen manipulativ oder manipulierbar sind, ach Gott, heute Deutsch, gell, je weniger wir manipulierbar sind, umso weniger hat diese Macht auch eine Chance. Mir hilft einfach die Zeit, in dieser Zeit dieses göttliche Bewusstsein, die Spiritualität, ne, Spiritualität bedeutet ja der Weg Gottes, dass ich geführt bin, dass ich in der Ruhe bleibe, dass ich in dem Ist, in dem Heute bleibe und dass ich dadurch dem Menschen ein Anker bin, in der Ruhe zu bleibe, im Frieden zu bleiben. Es sind nur noch wenige Menschen, die diese Kriegsmacht haben, die diese Machtthema haben. Der Großteil der Menschen möchte einfach in Frieden gehen. Und ich wünsche unserer Erde nichts mehr, dass wir es schaffen, endlich alle in den Frieden zu gehen. Wie ihr wisst, und das werde ich auch nicht müde zu sagen, schaue ich schon seit zehn Jahren bestimmt keine Nachrichten mehr, ich lese keine Zeitung. Wenn irgendwo was mit passiert, was wichtig für mich ist, bekomme ich das mit, das sorgt mein Geistführer dafür. Und dadurch hat man ganz gesundes Bauchgefühl zu den Nachrichten, die einem trotzdem ereile. Und ja, diese manipulative Energie, die dort mitschwingt, wo ich das Gefühl habe, dass, ja, dass du am Manipulatives geschieht. Ja, ich will doch gar nicht drauf einsteigen. Vielleicht, das wird zu politisch und vielleicht wird an dem Podcast dann gesperrt. Ich lasse es einfach so stehen. Wichtig ist es aber, bei sich zu bleiben und in die Zuversicht zu gehen. Die geistige Welt möchte mit uns in ein neues Bewusstsein und dazu gehöre einfach diese unruhige Zeit, weil nur so kann die Klarheit ans Licht kommen. Gibi, gib mir gerade das Meer oder einen Sturm. Im Moment sind da ja wieder viele Stürme und seit letztes Jahr sind extrem viele Stürme. Ein Sturm wirbelt auf und ein Sturm ist im Sturm nicht schön, aber denkt an den Tornado. Das Auge oder das Innere des Tornados ist absolute Stille. Das heißt, es ist viel aufgebrachte draus, aber damit, wenn ihr jetzt an ein Meeresboot, an ein Meer denkt und wenn am Meeresboden Dreck liegt oder Unklarheit, kann das ja nur an die Oberfläche kommen, wenn es aufgewirbelt wird. Nein, das Bild gibt mir gerade Gibi und das finde ich schön und das ist genau das, was ich meine. Das heißt, dieses Aufwirbeln, dieses Aufstauben bedeutet, dass die Wahrheit aber so an die Oberfläche kommen kann und das ist das, was im Moment passiert, dass wir Menschen immer mehr erwachen, also das ist das Wort, was mir Gibi immer gibt, erwachen und in diese Energie gehen. Ich bin in meiner Macht, also diese Selbstermächtigung und jetzt bin ich wieder beim Thema Angst. Natürlich, wenn diese Ängste da draußen im Kollektiv geschürt werden und ich eh ein ängstlicher Mensch bin, was passiert, wenn ich in die Angst einsteige? Ich gehe aus meiner Macht. Lass dir deine Macht nicht nehmen, nicht mal in die positive Macht und gehe wieder in die Selbstermächtigung und Ängste haben für mich immer was mit inneren Kindern zu tun, mit Glaubenssätzen. Also ich erlaube mir letztendlich nicht in meine Größe zu gehen, ich mache mich klein, weil bei ihrer Angst duckt man sich, die Schulter gehen nach oben, man macht sich klein. Und für mich bedeutet das der Weg aus der Angst heraus, mich anzunehmen, mich zu verstehen, liebevoll mit mir zu sein, mir bewusst zu sein, dass ich alles Recht der Welt habe, in meine Größe zu gehen und mich selbst zu leben und ich zu sein. Ich werde nicht müde, dir immer wieder mitzugeben, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, nur du und es wird in der Zeit, dass du beginnst, für dich Verständnis zu haben, für dich gut zu sorgen, Selbstversorge. Wenn ihr vielleicht an den Newsletter von diesem Monat denkt, weil das dann nochmal ein großes Thema energetisch in der Energieverschau für diesen Monat eben das Thema Selbstversorge. Und ihr kennt auch meinen Satz, wenn jeder für sich selbst gut sorgt, ist für alle gesorgt und geht nicht in die Angst im Kollektiv. Und ich arbeite mit mir oder ich habe früher sehr bewusst mit mir in dieser Angst gearbeitet, wenn ich merke, auch heute, wenn bei mir Angst hochkommt, dann nehme ich die erstmal an, weil oft will die Angst mir etwas zeigen, oft bin ich nicht in der Balance und dann gucke ich hin, okay, ist diese Angst, die ich gerade habe, begründet? Nein. Okay, dann lasse ich los. Dann werde ich mir wieder bewusst, ich bin jetzt seit im Jetzt und ich muss keine Angst haben, weil im Jetzt ist alles gut. Und ihr wisst ja alle, dass man im Jetzt das Morgen kreiert. Von daher, bleib aus der Angst draußen. Und Angst ist energetisch eine sehr niedrig schwingende Energie. Und alles in dieser Welt ist Resonanz. Das, was ich ausstrahle, rausschwinge, schwingt zu mir zurück. Das heißt, wenn ich in der Angst bin, dann wird diese niedrig schwingende Energie zu mir zurückkommen. Also ich kann da, ich kann da vielleicht, wenn man eh in der Angst ist, dann ist es so, bis nächstes ist die Panikattacke, also es wird dann immer ein Stück weit ängstlicher, sagen wir es mal so. Mir hilft dann wirklich, mit mir zu arbeiten, zu sagen, ist die Angst begründet? Nein. Okay, dann lass los. Oder ja, was kann ich ändern? Oder was, wo kann ich gut für mich sorgen, dass ich die Angst loslasse kann? Und dann tue ich das. Und trotzdem habe ich damit begonnen, auch wenn die Angst jetzt schön ist, wenn sie mal da ist, sie anzunehmen. Weil letztendlich, wenn wir jetzt mal rückblicken, wenn ich rückblickend auf mein Leben schaue, hat mich die Angst zu dieser starke und selbstbewusste Frau gemacht, die ich heute bin. Und es gibt so einen Satz, dein Weg geht manchmal da entlang, genau da, wo die Angst ist, um aus der Komfortzone rauszugehen. Und ich sehe die Angst heute positiv, weil sie mich hart hinschauen lasse, in alle Facette, die ich bin und Glaubenssätze in die Heilung gebracht und innere Kinder in die Heilung gebracht, dass ich heute die Annette bin, die ich bin. Und glaubt mir, ich war nicht immer so im Leben stehen, wie heute, aber ich bin unendlich stolz auf mich, dass ich den Weg gefunden habe und ich wünsche auch dir, dass du dir heute mal sagst, dass du stolz auf dich bist. Und Angst darf sein. Ich bin heute auch sehr verständnisvoll mittlerweile, also mit mir, also mittlerweile, ja, das stimmt auch der Satz, wenn die Angst hochkommt. Es sind Dinge in meinem Leben passiert, die Angst mitgebracht haben. Ich bin dann verständnisvoll mit mir und sage Annette, okay, es gab Situationen in deinem Leben, dass die Angst jetzt begründet ist, oder dass die begründen, dass da Angst da war, aber du brauchst die Angst heute nicht mehr. Du bist viel größer als die Angst. Und seht ihr, wie viel Kraft da drin ist in diesen Worten, wie das immer mehr in die Selbstermächtigung geht und das ist das, worum es im Moment im Kollektiv geht. Neben der Selbstfürsorge geht es, ja, im Kollektiv in diese Selbstermächtigung. Ich bleibe dabei. Aktuell sind es sieben Grad. Das war Gibi, der hat jetzt Grad, Gibi hat Grad, ich habe nichts gemacht, die Siri sprechen lassen. Also Gibi ist beim Podcast diesmal live dabei. Also habt ihr gehört, sieben Grad. Sieben, nein, in der Numerologie ist auch sehr aufwühlende Zahl, also von daher, es ist eine aufwühlende Zeit, aber nach dem Sturm sind die Dinge erneu geordnet. Und wenn die Klarheit mal im Feld ist und die ist seit drei, vier Jahre sehr massiv im Feld, je klarer wir Menschen werden, umso bewusster wir uns werden, umso weniger Manipulation ist möglich. Und ihr kennt es aus eurem Leben, manchmal muss man durch tiefe Prozesse, durch die Scheiße durch, auf Deutsch gesagt, gehen, um dort anzukommen, wo man ist, aber wo Licht, da Schatten. Angst ist die Energie, die schon immer da war. Das Thema ist, dass früher, wenn der Höhlenmensch Angst hatte, wenn der Bär vor einem stand, dann ist er gerannt. Jetzt in der aktuellen Gesellschaft ist auch Angst das Thema, wenn keine Gefahr droht, dann passiert in unserem Körper Dinge, wie das Cortisol ausgeschüttet wird und 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 und, dass wir nicht abbauen, weil wir nicht losrennen, wie wenn jetzt der Tiger hinter uns her ist. Wenn du ängstlich bist oder wenn für dich Angst ein Thema ist, ich kann dir immer nur meinen Weg aufzeigen, ich habe mich damals viel belesen, ich wollte viel über die Psychologie verstehen, über mich verstehen, über meine Psyche und mir das unendlich viel kölfe. Vielleicht hilft auch dir das. Und der Zweifler ist halt auch mit der Angst sehr verbunden, der uns Zweifeln lässt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert und das hat ja dann auch wieder mit der Angst zu tun. Eigentlich schützt die Angst uns dann oder die Angst ist ja irgendwo ein Schutz manchmal Dinge nicht zu tun. Manchmal ist es aber ein bequemer Schutz. Und ich kann euch nur sagen, ich bin heute an dem Punkt, wo ich heute bin, weil ich immer wieder aus meiner Komfortzone raus bin und glaubt mir, das war nicht immer einfach. Aber als die Angst damals in meinem Leben so aktiv war, habe ich wirklich den Weg der Konfrontation gewählt, also genau vor dem, dem ich Angst habe, habe ich mich Schritt für Schritt gestellt. Und den Mut möchte ich dir machen. Ich hatte liebe Menschen um mich herum, die mich bestärkt haben, die mir den Rücken gestärkt haben. Ich war ein Mensch, ich habe immer irgendwelche Hilfsmittel dabei gehabt, die mir geholfen, aber das Telefon, Medikamente, wenn es mir übel oder oder. Aber so habe ich den Weg raus geschafft. Und ich möchte es heute gar nicht so in die Länge ziehen, der Podcast. Ich möchte dir Mut machen, dass es auch du schaffen kannst, wenn ich es geschafft habe. Und die Volkskrankheit Angst ist halt auch geschürt, gewollt, weil wenn die Menschen ängstlich sind, dann sind sie auch steuerbar. Und aus dieser Steuerung dürfen wir endlich aussteigen, weil die einzige Energie, die uns steuern sollte, die uns führen sollte, bist du selbst und dein Geistführer. Und alle anderen haben gar nicht das Recht dazu. Und denk wieder an meine Worte, dass die geistige Welt in ein Wir möchte. Und in diesem Wir ist es Du und das Ich beinhaltet und in diesem Wir ist die Selbstverantwortung. Und wenn jeder Menschen das Selbstverantwortung ist, dann gibt es da draußen keine Manipulation mehr, denn wir brauchen keine Regierung mehr, wir brauchen keine Gerichte mehr, wir brauchen keine Ämter mehr, weil in einem Wir ist so eine Selbstverantwortung dabei, dass ich gar nichts mehr Unrechtes tue, dass ich in der Wahrheit bleibe, in der Klarheit bleibe und dass wenn Links- oder Rechts Menschen sind, die Hilfe brauchen, dann bin ich da und helfe, weil ich lebe das Wir. Und das ist letztendlich die Welt, in die die geistige Welt mit uns gehen möchte, gemeinschaftlich und ja, wo für mich das neue Bewusstsein ist und nimm die Angst an, das hört sich jetzt komisch an, aber ganz ehrlich, die Angst ist mittlerweile für mich ein Signal, dass ich nicht in meiner Balance bin, wenn eine Angst aufkommt und dann gucke ich hin und gucke, okay, was kann ich tun, ist die Angst begründet? Nein. Was kann ich tun, dass es mir besser geht? Also hier sind wir wieder beim Thema Selbstversorge. Lass dich nicht in diese kollektive Angst rein. Ich nenne ein paar Beispiele der letzten Monate, wo uns Angst im großen Stil suggeriert wurde. Gas, dass wir im Winter frieren, war nicht so, es wurde nur Angst suggeriert, es wurde eh gesagt, Gas wird knapp, gleichzeitig kamen Meldungen hoch, dass die Gasvorrede komplett befüllt sind, wie immer. Das heißt, das Einzige, was dieses Gas-Thema hat Angst geschürt, dass wir wieder fügig waren und brav mehr Steuer bezahlt haben oder mehr Gasgeld bezahlt haben. Wisst ihr, was ich euch sage will? Und deswegen möchte ich nochmal sagen, dass das Aufstehen der Bauern so wichtig war und ich hoffe, dass wir mit dem Aufstehen in Deutschland weitermachen. Ich kann jetzt hier nur für Deutschland sprechen, aber ich würde es mir für die ganze Welt wünschen. Und vielleicht kannst du jetzt verstehen, warum ich die Angst aufgenommen habe in der kollektiven oder in der aktuellen Energie, so rumgesprochen, schwingt die Angst im Moment mit, weil sie wieder forciert wird. Geh nicht rein, steig nicht mit ein, sondern bleib bei dir. Es bringt nichts, wenn ich heute in die Angst gehe. Es bringt dir nichts, es bringt mir nichts, außer Bauchschmerzen oder nicht schlafen oder was alles dazu gehört. Es bringt mir viel mehr und es bringt auch dir viel mehr, wenn ich in der Ruhe bleibe und die Ruhe ausstrahle und vielleicht so immer mehr Menschen damit anstecke, in der Herzlichkeit, in der Liebe und der Ruhe zu sein. Ihr Lieben, bleib bei dir, sei dir bewusst, dass du alles schaffst, dass du ein einzigartiger Mensch bist, dass du gewollt bist, genauso wie du bist und dass du allen Gründen dazu hast, in deine Größe zu gehen. Erlaubst dir, manchmal ist aber genau die Angst, die Angst, die Kernangst, die Angst, in die Größe zu gehen, aber erlaub dir, in deine Größe zu gehen, dein komplettes Licht scheinen zu lassen, weil wenn ich in meiner Größe bin, dann strahle ich, dann ist meine Aura ausgebreitet, dann kann ich nur strahlen und dieses Strahlen braucht die Welt im Moment, ganz viel Licht, ganz viel Liebe, das soll jetzt eh so geschwafelt sein, aber ich kann halt auch nicht nur mit Licht und Liebe die Welt in ein anderes Bewusstsein bringen, aber ich spreche das aus dem Sinn des Resonanzgesetzes, wenn ich rausgehe und den Menschen mit Achtsamkeit begegne, mit Respekt, mit Liebe, mit ganz viel Herzlichkeit, mit einer lichtvollen Art, dann stecke ich den vielleicht auch an, den nächsten Mensch und der steckt wieder den Nächsten an und das ist der pinke Virus, den ich mir für diese Welt wünsche. Also lasst uns den pinke Virus, weil pink ist für mich die Farbe der Liebe, in diese Welt streuen, damit die Angst immer weniger wird und Gibi gibt mir jetzt noch eine Geschichte am Ende des Podcasts. Danke, lieber Gibi. Du bist der Schöpfer deines Lebens und du hast in der Hand, ob du den Schattenwolf nährst oder den Wolf des Lichtes in dir. und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du den Wolf des Lichtes nährst. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Nächste Woche ist Online-Siergel, wenn du dabei sein möchtest, wo wir uns dem Thema Medialität und Sensitivität öffnen. Meistens Montag, Dienstag, jetzt gebe ich bekannt, um welches Thema es geht in den sozialen Netzwerken. Unter www.pink-spirit.de siehst du unter Events den Online-Siergel und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ich hatte an der letzten Zeit öfter Mails, ob wieder Workshops ausgeschrieben werden in Deutschland. Ja, wird die nächsten Wochen online gehen. Am besten immer den Newsletter eintragen. Das ist bei mir ganz oben auf der Homepage. Pink Spirit News. Der kommt dann nur einmal im Monat. Das heißt, ich spamme dich nicht zu mit meinem Newsletter. Das heißt, da sind immer die wichtigsten neue Termine drin und du versäumst nichts. Jetzt wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Lass es dir gut gehen und ganz wichtig, sing pink, euer pinkes Medium. Aus der Group Falls.